Jo, weiter geht es mit einer neuen Folge Let's Play Call of Duty World War II. Wir spielen hier weiter die Kampagne. Und da wir gerade im ersten Teil die Grausamkeit des D-Days gesehen haben und so dass man verletzt wurde, machen wir jetzt weiter hier mit der Mission. Weiter. Seien Sie bereit für den Angriff, sobald wir das haben, wir sind auf eine geschworene Fünsche. Bewegung! Geist nicht an den Fetzen! Immer noch. Erster Stock im Haus. Ich treff ihn nicht. Dieser Rauberschütze. Oh, das Auto könnte doch mehr aufgehen. Oh, das Auto könnte doch mehr aufgehen. Heilung, Heilung, Heilung. Ähm, vorpushen. Oh, was denn? Geh! Sei da mal so ne Sau und setz dir da ans MG ran ey Nein, 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 geh doch ab, Alter Terra 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 Was? Unsere Jungs sind im Arsch! Wir haben sie! Wir haben sie erledigt! Gesichert! Die Kanone zerstört! Verstanden! Okay, hast du Sprengstoff? Viel Spaß, gibst du mir Sprengstoff! Daniel, Termin! Explosion! Unsere Deckung! Gute Arbeit, Daniels! Okay Männer, folgt mir zum Sammelpunkt! Los geht's! Hm, Karabiner 98k. Oh yeah! Okay, jetzt rück's im Sammelpunkt. Pearson! Ich brauche einen Bericht über die Verluste! Es gab zu viele! Aber wir haben den Strand eingenommen! Für einen verdammt hohen Preis! Nein! Sussman! Sussman! Daniels! Ach, und ich dachte ich hätte alles gesehen! Wird er wieder gesund? Ja, sie haben ihn zusammengeflickt! Ach, ich hätte im Boot bleiben sollen! Das sagt er jetzt! Hey! Was du da getan hast! Danke dafür! Ich denke wir sind quitt! Wir stehen das durch! Bis zum Schluss! Bis zum Schluss! Wir errichten ein Lager bei der zweiten Reihe nach dem Kamm! Willkommen in der verdammten ersten! Du bist weit weg von zu Hause, Bauernjunge! Hm! Auf das hier kann man sich nicht vorbereiten! Aber sie haben ihren Mann gestanden! Danke, Sir! Ich, äh... Das wird schon, Junge! Danke! Ja, Sir! Natürlich! Ich weiß ja nicht, wer die glorreiche Idee hatte, Europa auf diese Weise zurückzuerobern. Aber eins ist sicher! Er war heute nicht mit uns am Strand! Haha! Viva! G... Machen wir weiter! Kommen wir jetzt mal zu zweit und schon, okay? Operation Cobra Los geht's! Der D-Day ist jetzt sieben Wochen her. Wir brechen aus der Normandie aus und drängen ins Landesinnere vor, um Marigny zu sichern. So kontrollieren wir die Straßen und pflügen quer durch Frankreich nach Paris. Die Befreiung steht bevor. Die Jungs und ich, wir schlagen uns ganz gut. Nicht gut genug für Pearson, aber was soll's. Wer weiß, Schatz? Vielleicht kehre ich Weihnachten schon heim zu dir mit ein paar Medaillen auf der Brust. Aber zuerst erobern wir Marigny. Schmähling gegen Lamotta. Schmähling würde Lamotta K.O. schlagen. Niemals. Und Schmähling ist ein Nazi. Ich würd' ihn einfach abknallen. Die benutzen ihn doch bloß. Er hatte keine Wahl. Wir alle haben die Wahl. Also Nietzsche sagte, es gibt... Ach, genug davon. Okay. Was ist mit Louis gegen Sugar Ray Robinson? Meinst du Louis 1938? Robinson gewinnt ganz klar. Hey. Ich dachte, du hast noch eine Woche. Ich hab gehört, ein paar echt harte Typen stehen kurz vor Marigny. Wenn der Plan aufgeht, sind wir bis Weihnachten zu Hause. Steh nicht so rum, zeig her. Na gut. Nicht übel, was? Gibt Schlimmeres. Schön, dass Sie wieder da sind, Private. Ich freu mich auch, Sir. Okay, Männer. Die Gelegenheit ist günstig. Wir starten einen Ausbruch aus der Normandie. Das wird nicht leicht. Die Hecken werden stark verteidigt und es gibt Meldungen von deutschen Panzern in der Nähe. Aber wenn wir Marigny einnehmen und sichern, kommen wir hier raus. Und wenn Sassman selbst ein Messer im Bauch nicht aufhält, hält uns auch kein Deutscher auf. Das Glück ist mit den Siegern, Sir. Für Turner ist unser Schutz von höchster Wichtigkeit. Abmarsch! Warum kommt einem der Krieg immer in die Quere? Wichtig. Wichtig. Wir haben jetzt wir Sassman als Sunny, und Turner als Versorger am Start. Dann wollen wir auch einen Panzer steigen. Ich habe mich noch nie besser gefühlt, Sir. In Ordnung, Private. Krötzen Sie nur bitte nicht ab. Panzer unterwegs! Ist das ein Arsch? Gut festhalten! Irgendeine harte Fort! Ist ja ganz was Neues. Ich denke, Piercen mag dich. Wie ein Tiger den Hirsch mag. Na los! Na los! Unterm Strich hältst du tapfer durch. Und was ist mit dir? Ich konnte euch doch nicht den Spaß überlassen. Spaß ist unter Piercen nicht erlaubt. Weißt du, wieso er dich immer so triezt? Passerin, Pass. Hat meinen Freund verloren. Ja, brachte ihm Artikel 15 und eine Degradierung. Er musste so streng sein. Unsere Männer haben bezahlt. Die Mission war ein Reinfahrt. Ein Massaker. Die Nazis waren gnadenlos. Wir haben nur überlebt, weil sie keine Zeit hatten, den Westausgang zu verziehen kriegen. Ich habe wegen dem alten Mistkerl fast alles verloren. Turner ist noch nicht drüber weg. Er war es auch, der ihn angeschwärzt hat. Aber Piercen denkt, wenn ihr ein Musterplatoon werdet, wird das gestrichen. Wir sind also eine Streichkolonne. Ja, langsam kapierst du es. Und deshalb bitte niemals aufgeben. Er tötet, um es zu entfernen. Hey, wisst ihr was man will? Scheiß futtern. Du hast gerade gefuttert. Scheiß auf, Toast zählt nicht. Hey, wie wär's mit Barbecue, hm? Wir hatten keine Chance. Was wär's dann mit dem offenen Sir? Das ist jemandes Sohn. Nur ein Deutscher. Denn jetzt hat recht. Die sind nicht alle böse. Von da kommen auch Kepler, Mozart. Marlene Dietrich. Gleich interessant. Nicht zu vergessen ihre Erfindungen. Die Druckerpresse, Elektronenmikroskop. Frankfurter. Ihr macht mich fern. Hört ihr das? Es kommt hierher. Verhalten die Stukas. Järne. Dampfte Axt, ey. Unter von der Straße. Wir umkreisen sie. Los. Wir müssen unsere Shermans beschützen. Das ist Blattfeuer, was wir da hören. Wir müssen eine ihrer Kanonen einnehmen und diese Stukas runterholen. Wir gehen zu der Scheune. Oh, shit. mehr die Wir haben alle Schienen drüber geschossen. Ungefüßt mehr von einem Schwerst benedigst. Du schuldigst. Verstandet! Bewehrt! Oho! Na los! Woa 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 Aua Schubs Ok wir müssen die Assur pushen bevor wir den Mini-Hit bekommen Das ist die Schießabbekleid Das ist eigentlich immer so eine Karabiner Kein Mini-Pick mehr Oh we get Ich brauche ihn! Satana Das ist mir nicht frei Ich habe hier eine Transparenz! Ich habe hier eine Transparenz! Ich habe hier nicht! Wir gehen uns zu Obergeschossen! Ach, Scheiße! Auf die Felder! Wir müssen zu unseren Panzern stossen! Inklusion! Nein! Er bricht aus den Deku! Verteilt! Ich habe hier die Fizierer! Alter! Legt sie zurück! Das ging krass vor! Oh Mann ey! Wir haben eine Granate! Wie ein Junk kommt! Oh doch! Das hier vorne mit! Komm, 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 komm! Der ist erledigt! Bin leergetrocknet! Geh nach! Weit! Versuche sie zu ziehen! Immer weiter! Der ist erledigt! Bin leergetrocknet! Lade nah! Geh nach! An dem ich raus rein! Du kommst! Der ist weg! Geh nach! Ich schieße! Nein! Oh Mann! Wir müssen weg! Sie kommen aus der Deku! Wir müssen schießen! Wir müssen weg! Ja! Oh Mann! Aktion, Daniel! ja ja los eine Taschenuhr das hört sich an nach einer vierling gut old time Heilung 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 Und den seht ihr nicht? Ich glaub's ja. Holy. Wir gehen jetzt, Kat! Der Typ auf Funkgeräten klingt sauer. Die Klofresser wissen nicht, was los ist. Da kommt mehr. Zwei Uhr. Der geht runter. Der geht runter. Dann kriege ich die in die Hände. Der sagt ein Uhr. Die Überhitzung. Bist du ja sicher, dass das alle waren? Ich hab da noch ein paar mehr erzählt. Hey, das ist Perez. Hey, Perez. Alles okay? Meine Kumpel Mills hat's in einem Hinterhalt erwischt. Aber das haben sie bezahlt. Die Stellungen sind durch Pax geschützt. Wir müssen uns darum kümmern. Okay. Pearson, führen Sie Ihren Schützenteam durch die Plantage und suchen Sie einen Übersichtspunkt. Schwächen Sie die Pax. Ich leite den Angriff mit Perez. Ja, Sir. Daniel, Jasmine. Sie kommen mit. Na los. Na los, Daniels. Gehen Sie zur Straße. Alles klar. Perez sagte Pax 38er, oder? Was sind das für Dinge? Deutsche Artillerie. Panzerkiller. Hast du das Memo nicht gelesen? Was sollen wir denn gegen Panzerkiller ausrichten? Das habe ich mich auch gefragt. Sie ausschalten. Na, ich könnte einen Apfel vertragen. Hm. Eine von unseren. P-47. Verdammt. Wäre ich nur schneller an der Flak gewesen. Mach dich nicht fertig. Das sind Zivilisten. Das ist ein Kriegsverbrechen. Sag bloß, Streber. Wir kämpfen hier gegen Nazis. Hier rüber. Hier ist ein Aussichtspunkt. Feldstecher raus. Das sind Perez und die Jungs. Die fahren direkt in die Hölle. Wir müssen die Pax-Schützen ausschalten. Lager zum Feuer. Alle Mann, Feuer frei. Ich sehe zwei Pax. Daniel schadzt die Mannschaft. Geben Sie das Schauschöpfchen, Herr Daniels. Die erste Pax-Kanzösung ist erledigt. Wo ist ein Sniper hier? Gebt mir mal. Ein Schützer, der Pax-Kanzösung. Jetzt nicht mehr. Kümmern wir uns um den Rest der Deutschen in den Gräben. Gut. Wir beiden die Sniper. Okay. Sammeln. 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 Samt euch hinter den Panzer an. Alle Panzer vorwärts! FG-240! Hinter den Panzern greifen! Hinter den Panzern in Sektor! Lauf mit uns aus den Treppen! FG-240! Beide getroffen! Kontakt bleiben! Echte Seite! Feuer! Löse! Copy, der Wind! Echt zuvörter! Nee! Einen Panzer bleiben! Söder, Müge! Sind er sich im Lösen! Torber! FG-240! FG-240! Oh come on ey! Ach come on ey! Okay, die Hände haben wir mal nicht! Ist diese noch vor dir und ich... Die Deutschen ziehen sich zurück! Okay, dann werden wir schicken! Die Deutschen ziehen sich zurück! Weiter! Weiter oben! Ich seh ihn! Los! Move, move, move! Achtung! Achtung! Wie viel hat die aus, ey! Wie viel hat die aus, ey? Achtung! Man, wo ist die meine Deckung? Müsst doch mal die armen Jungen beschützen! Ja! Der feine Grenate! Haste! Das ist die Leute! Ich glaube, aus Holz seid ihr! Dann schießt doch durch! Ich glaube, aus Holz seid! Der Verband Kasten ist soweit. Kommt geflogen! Schnappt ihr ein Gewehrbezieher? Oh, das weiß nicht gepasst aus. Drei, wach! Drei, doch! Drei, doch! Kabine, 98k. Schüsse! Zwei. Ich brauche das mal. Das hieß... Klick! Oh, oh. Brauchen wir auf die Munition, wenn man die Tanks hat, Alter. Die Panzer bewegen sich, wir müssen die Gräben räumen. Danke für die Feuerunterstützung, Kalier. Puh. Fliegt bloß im Bild, Alter. Ja. Oh. Sorry. Okay. Oh. 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 Oh, warte, ne? L1? Auf dem Boden, Mann! die Munition habt ihr hier nicht in die Linie wo ist mein Munitionsmann mit Anhänger okay zuhören Charlie Kompanie wird nahe der Kirche angegriffen sie brauchen Munition und Feuerkraft schicken sie einen Trupp los wir können die Jeeps nehmen aber wir brauchen Panzerunterstützung das ist der Plan wir haben Befehle von Collins wir gehen mit der Elften nach Westen verdammt nochmal den Jungs da läuft die Zeit davon ihr macht es allein nehmt die Jeeps und los schnell alles klar dann mal los Charlie hat Scheiße am Arsch und wir haben das Papier na los nehmt Heut mal ein bisschen länger Rappert wo geht es nach Marini folgt diese Straße es ist das übernächste Dorf steigerturbel voraus sachte die Straße werfen sich da vorn achten doch diese Leute sie laufen genau auf die Schale kommt heute zu wir müssen vor ihnen da sein Gibt Gas und Schuss Wo lang? Halt dich mehr lange durch! Sussman! Nimm das Schlenkrad! Ich übernehme das MG! Wind dran! Feindliche Jeeps! Halt dich mehr lange durch! Schau, die zählte auf uns! Die Klasse ist dicht! Lass deine Höchstung festhalten! Fand unterdrücken! Haus auf der rechten Seite! Gereck voraus! Schalt ihn aus! Sind fast da! Festhalten! Schau! Die Kamerade ist da! Die sind überall! Da kommen mehr! Nach links drehen! Nicht nachlassen! Mehr hast du nicht drauf! Klare Welt ist eigentlich schon schnell! Kein und ich muss! Die Barske sind fertig! Wann ist das denn? Ach man, ist das ja nichts! Nur noch ein paar! Alles sicher! Alles sicher! Herr kommt! Dieser Stress bringt mich um! Sieh mir jetzt nicht weich, Murphy! Danke fürs pünktliche Erscheinen! Danken Sie, Captain Davis. Das war sein Befehl. Okay. Die Sonne geht bald unter. Sie kriegen eine Atempause. Verzeihung, Sergeant. Die halbe deutsche Armee ist auf der anderen Seite der Gebäude. Sollten wir vielleicht einen besseren Platz suchen für einen Perimeter? Sicher, Private. Vielleicht ein nettes Zimmer im Ritz? Sir. Er hat nur Angst. Vielleicht sollten Sie sich um Ihre Probleme kümmern. Ihre Seite sieht verdammt beschissen aus. Mir geht's ganz toll, Sergeant. Dan jetzt. Passen Sie auf ihn auf. Nur Stolz ist gefährlicher als ein Feind im Gebüsch. Ausruhen, Männer. Mach ihn nie bei Sonnenaufgang. Ich kann nicht glauben, dass ich wieder an Sassmans Seite stehe. Er schlägt sich gut, wenn man bedenkt, dass wir uns gerade meilenweit durch Welle gekämpft haben. Man sollte meinen, dass Pearson Rücksicht auf ihn nehmen würde. Falsch gedacht. Gut. Dazu jetzt hier zum zweiten Part. Das war jetzt die zweite Mission und es hat, wie gesagt, das Spiel ist überzeugt vorne in der klassischen, man kennt es von Call of Duty 1, 2 und 3. Okay, Alter, oh, dieses Feeling hat auch hier von diesem Oberst, Oberste Offizier, der angekommen ist. Diese Stimme, die habe ich auch schon mal, wie sagt, in anderen Call of Cities gehört. So, als auch als Ansager, ich so, ihr müsst da an und hier mit Doc Company und so, äh, ja. Old Memories, naja, okay. So, Leute, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Kommentiert mal schon fleißig, ob ihr das schon mal gezockt habt. Ab, wie findet ihr das Spiel so jetzt an sich halt. Der Bart hat sich jetzt ein bisschen in die Länge gezogen, aber, ösiger, wir machen jetzt im nächsten Part weiter mit der dritten Mission und, ja. Es macht immer noch Spaß, das Spiel, wie gesagt. Mann, ich hab's um Bock drauf, ey. Und, ja, wir sehen uns beim nächsten Part. Also, wir sehen uns.